Stark im Geschmack und in der Schärfe der perfekte Snack zu Bier für aufregende Momente mit deinen Freunden. Das gibt's doch nicht. Jetzt guckt euch den Halunken an. Der ist jetzt einfach hier auf den Tisch, dann da hochgehüpft, hat sich dahinter gewuselt und jetzt kriecht er irgendwo hier hinter dem... Ach von wegen, hinter dem... Da! Der guckt einfach durch den Karton. Und dann, wie bist du da denn reingekommen? Adi! Und irgendwann fällt der Karton um und das war's, aber willst du nicht mal... Hallo Adi! Adi! Was machst du da? Adi und der Karton, genau. Jetzt neu auf YouTube. Das müssen wir dann so... Wir gucken nochmal hier durchs Loch. Hui, da ist er wieder, die kleine Schnüffelnase. Okay, das war's. Du kannst ja das ist mit meinem Namen. Bis zum nächsten Mal. Cheers! Tschüss. Tschüss!